Hallo und willkommen zurück bei Seven Days to Die, Let's Play Together mit der Tibra und mir, dem Anduin. Grüße euch. Ich habe den Hirschstab gebohrt und rundherum höre ich die Zombies. Hm, die finden dich eben gerade ganz lecker. Mhm. Ich bin aber noch immer andetektet. So, zerlegen wir ihn fertig. Passt. Das hätten wir. Ah, da ist noch ein Nestchen. Ich vermute mal, das haben wir schon ausgeraubt. So, nachdem wir schon so nah am Zeltlager dran sind, können wir jetzt gleich ein bisschen reinschauen. Soll ich zu dir kommen? Kannst du kommen, ja. Oh, nee, bist du. Hm, ich hab dich am Radar, sagen wir mal so. War klar. Hm, ah, ich könnte hier noch ein bisschen Potassium checken. Nein, kein Bodasian. Hm, wieder keins. Der Regen, der Regen, der Regen, der Regen. Hm. Yes, jetzt hab ich eins. Da, den Flash können wir wegschmissen, das können wir skrippen. Die Hose, da können wir auskrippen, weil die Menneke natürlich wieder mal besser ist. Hm. Also irgendwie macht das Gewand momentan, ja, glaube ich, wahrscheinlich auf höherer Stufe oder so wird es dann wieder sinnvoll sein. So. Wenn es eine bessere Qualität hat oder war orange zum Beispiel, macht keinen Sinn. Hm. Warum werden brennende Zombies bei Regen nicht gelöscht und unschädlich gemacht? Ja, die spawnen. Genau. Zzt. Weg. Äh, und war irgendwas im Lager? Ja, jede Menge. Ich höre Zombies. Soll ich die Zelte abbauen? Kannst du, ja. Ich glaube immer, hier sind ich viele Klosefolgminsen, wenn man da rauskriegen. Mhm. Wo ist denn? Es regnet, es regnet, es regnet. Ziemlich voll schon. Ja, vielleicht können wir was zusammenlegen. Glaub ich aber nicht, weil... Im Baumstamm wären 50 Quadrungen, also so die Spitzen. Okay. Kugelspitzen. Kannst du die nur nehmen? Bestimmt. Dann hätte ich Sandwich, äh, dieses gammelige Brot. Ich habe, ja, Gammels, Gammels, ja, da habe ich beides. Was? Äh, Bress, Lied, Gammelsandwich, ja. Iron? Nein. Kohle? Ein Sessel. Ja, den Sessel kannst du scrappen, bekommst Holz aus. Ja, okay. Machen wir das. Eier hätte ich Fett. Äh, Fett habe ich Eier nicht. Okay, dann gebe ich da noch Fett rein, so. Es ist einiges jetzt in den Baumstamm drin, kannst du den bitte nehmen? Ja. Oder spawnen immer mehr Zombies. Nicht, dass wir das jetzt da lassen. Okay, das scrappe ich gleich. Da passt perfekt. Ich fange da mit dem roten Zelten an. Ich nehme das Holz damit. Oh, oh. Sonst. Ja. Äh, Hunted. Ich würde da mal kurz wegkommen. Ah ja, das ist der Griecher. Und Brüsen. Die rotz. Und, äh, Krankenschwister. Und, äh, Dicker. Ah, okay. Da ist der Dicke, wo ist der Griecher? Ah, von da oben sehe ich jetzt das Bordbecken herumliegen. Okay. So, schon. Ja. Hallo? Was? Was frisst denn der noch? Okay, da vorne kommt der Griecher. Was, die steht noch einmal auf. Das gibt es ja nicht. Da hat er drei Kopfschüsse. Wo sind wir denn? Du hast das Kleinhirn nicht getroffen. Nein. So, was ist mit dem Griecher? So, okay, die drei sind erledigt. Schwergewicht hast du erledigt? Yes. Also ausgenommen hat erledigt. Bin ich gerade dabei und der Sack hat eh nichts gehabt. Okay. So, ich schau kurz zu dem Sportback, was ich da gesehen habe. Da liegt es. Da sind auch immer Interessante drin. Interessante Sachen. Okay, ich höre ihn. Ich höre irgendwo. Eine leere Dose. Ein Zombie. Sicher war Griecher noch irgendwo im Großen. Den brach ich wie eine Lungenentzündung. Was? Ein Griecher. Ist es einer? Ich habe ihn nicht gesehen. Achso. Oh, ich denke, wo ist es denn da? Ich habe ihn aber nur im Bahn detektet. Oder du wirst, dass einer von uns geschnauft hat. Ich habe gezittert. Okay. So, bei mir ist jetzt... Oh, das ist nur die Stone X, die kaputte Kräften. Mhm. Scrape sie. Ist schon weg. So. Ja, da drüben das Zelt nehme ich noch fertig mit. Kriegt man wieder Steine, oder du jetzt? Oh, sicher nicht so viele, aber trotzdem. Mir ist kalt, deshalb... Mhm. So, der ist leer. Okay, Zeltlager aufgeräumt. Schaut so aus. Na gut. Gut. Schau, willst du weiter nach... Ah, den Rucksack hat da jemand übersehen, oder? Ah, nein. Sollte leer sein. Mhm, ist leer. Oh, da vorne ist er drennender. Mhm. Da oben. Was? Ah, da, Hirschdeckung. Nicht? Genau. Innenlärm. Kommt auf uns zu. Ich halte Ausschau. Ach, kack. Zernet. Problem? Sehr gut. Krankenschwester da in der Nähe. Was hast du, oder was? Ja, da neben... Nimmern Hirsch. Krankenschwester. Ja, bis ich oben bin bei ihm. Ja, ist sicher gleich hinten. Ja. So. Da kommt sie. Wo ist der Hirsch, weil dann nehme ich ihr Maus. Links von mir. Ah, ja. Also von uns gesehen, links. Nein. Ach, da oben kommt einer nach. So ein dicker Wastl, oder? Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe elf Pfeile. Ja. Er ist ehrlich, liegt. Okay, ich habe alles erledigt. Krankenschwester ist wo? Hast du den noch? Ah, da. Okay. Du hast den Hirsch? Ja. Willst du mir beim Baumstamm das Fleisch rübergeben? Weil ich kann es decken und dass du kein Trinken hast. Das wäre eine gute Idee. Dann legst du es da rein und dann gehst du gleich raus. Okay, dann gebe ich da die Haut auch gleich ins Fett. Ja, Fell kannst du mir geben, Fett kannst du mir geben, Knochen kannst du mir geben ins Fleisch, ins Rotting-Fleisch auch. Das habe ich nicht. Okay, alles drinnen. Hm. Naja, dann war es doch halbwegs erfolgreich, oder? Ja. Die Tour. Ja. Federn sind gefragt. Ich habe nur noch elf Pfeile. Ja. Ja, ich brauche auch. Es wäre ja wieder die Außerhalb der Aufnahme im verbrannten Gebiet wieder ein wenig Farmen. Mhm. Da kommt man doch dann zu Herfülle oder bei der Wüste drüben. Mhm. Da in dem Huhngras, ich bin, was Problem ist. Übersehe, glaube ich, das Zweite ist. Ja, da ist. Ach, jetzt bin ich geahntet. Ja, zu See. Und vorbei an dir. Ich glaube, die kommt auf dich zu. Oh, ein Schweinchen. Du Schweinchen. Ja. Komm hier. Ja, warum reinst du von mir weg? Oh. Du schweinst du hier. Ops. Mhm. Wo ist sie jetzt? Da oben. Oh Gott. Was kotzt mich denn jetzt wieder an von hinten? Alles an mir. Rippe weggepackt. Naja. So. Ich muss ja da noch einmal rüber. Da drüben in der. Mal in der Kiste auch noch ein Fleisch. Mhm. Na, noch mit. Na, komm schon. Ja. Na, ich hab da einen Zombie. Und der hat da nicht mal was mit, der Sack. Wo bist du eigentlich unterwegs gewesen? Ich glaube, ich hab das nicht eingeschalten, oder? Ich bin noch weit hinter dir. Okay. Oh ja, ist ja eingeschalten. Ah, da. Jetzt sieh den. Mhm. Ja, du kannst ja schon Richtung Hause. Ich hol jetzt noch einen Inhalt von der Kiste. Mhm. Oh. So, das darf nicht mit rein. Hoppla. So bitter, 19 Fleisch. Mhm. So schlecht, oder? Das ist cool. Das ist cool. Oh, ich kann schon. Das. Oh, wo kommt denn das Gerippe da her? Das ist vorher schon da gelegen. Oh, okay. Oh, es donnert. Cool. Hm. Wir hätten eigentlich auch rundherum laufen können und den Haupteingang nehmen. Man weiß, wie viele Hunde da vorne sind. Stimmt allerdings, ja. In jeder Folge müssen es nicht sein. Ach so, da können wir ja gar nicht mehr rein. Ah, ja, beim Fenster nebenbei können wir rüber bauen. Oder wir gehen da runter. Ja. Hm. Jetzt. Ich denke schon. Ups, bin schon da. Ja, das heißt, mit dem Potassium-Nitrat werde ich jetzt gleich mal... Bin schon da. Ähm, Dinger herstellen. Mhm. Ja, dann tun wir das Fleisch verkochen. Mhm. So. So, Dalle. Ist hier unten noch irgendwo was drin? Nein. Nein. Falls du Ei hast, dann müsstest man die hier reinlegen. Ein Ei habe ich. Nix. Eins habe ich. Ja. Eines. Eines. Ja. Dann. Belegen Sie die Kiste, bitte. Ja. Alles ruhig. Ja. Alles ruhig auf den billigen Plätzen. Ich habe einiges an Iron Fragments. Wir könnten da gleich wieder weiterbauen. Wo soll das hinlegen? In die Forge? Ja. So. So. Ist gleich. Wenn Sie noch was draufstecken, lässt du steckst gleich rein in die Felder. Mhm. Ja, ist schon drin. Äh. Und ich Kohle werde ich auch gleich reinlegen. Ja, da werde ich auch wieder reingeben. Hm. Ich gebe da. Ja, ich gehe schon fertig. So. Bitteschön. Ja. Im Ende. Im Ende. Mhm. Ich tue reihe. So. Was habe ich denn dann noch? Ein stinkiges Sandwich. Sehr schön. Erdabfall habe ich. Den muss ich erst verkochen. Ich habe übrigens zwei Schlafsäcke gefunden. Die tue ich jetzt da einmal rein. Mhm. Ich glaube, wir haben ja drüben welche, ja. Ähm, wo ist drüben? Ja, keine Ahnung. Ah, drüben eben. Hm. Äh, Hortenhaus. Okay. Ich glaube, ja. Linken glaube ich auch welche. Hm. Ja, und beim Händler verkaufen können wir jetzt dann auch wieder. Ja, stimmt. Äh, haben wir unterbrochen oder nicht? Oder haben wir einfach durchgewirkt? Ähm. Aufnahme, oder? Ja, genau. Wir haben oft gehört, wie den Hirschschang fängt er zu zerlegen. Ach, ja. Stimmt ja genau. So, bevor ich noch länger planlos bin. Das kommt hier rein. Das Holz. Ich nehme mal drüber. Wie schauen wir denn eigentlich? Das und das. Die Knochen können dann auch rein. Mhm. Na, perfekt. Ah ja, ich habe auch einen Knochen. Der kommt da dazu. Die Federn. Ich nehme mal ein paar Federn, dass ich wieder richtig Pfeile habe. Ja, wunder. Die Knochen. Die Knochen, die Knochen. Ich habe mal gleich. Mhm. So, Knochen. Kommt in den Schreibtisch, wo sie eben hingehört, mehr oder weniger. Das gute Geld. Gut. Ja. Hat der jetzt da nachgeladen? Nein, der hat mir in die leere Gang die Monil nachgeladen und die gefunden hat. Ach Gott. Ja, okay, dann verpulvere ich die nochmal. Oh, ich habe ein Potassium zu wenig für 5k kaufen. Na wurscht. Aber ich weiß, wo ich es herkriege. Käse. Gut, ich starte die Chemiestation. Holz, Kohle, was bringt länger? Holz oder Kohle? Na, Kohle bringt länger. Okay. Da war sie nicht. Ja, da war sie auch nicht. Haben wir jetzt eigentlich schon alles für die Shotgun? Ja. Ja. Ja? Ja. Oh, Shotgun. Hastle ich mir doch eine. Das Teil, dieses Teil. Das Teil und... Ah, der Lauf fehlt noch. So, Chemiestation. Ah, dann kann der Lauf fehlt. Ich schade gerne nur für die kurze. Kack. Es fehlt immer irgendwas. Das ist... So. Irgendwas fehlt ihm. Dies ist... Oh, dann. Bekennende Ex. 50 Minuten. Bekennende Ex. Hallo. 50 Minuten. Das hat sie ja noch ganz ordnungsgemäß gewickelt. Wahnsinn. 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 Naja. 50 Minuten. Kacke. Ja, was tut man nicht alles. Für den Dünger. Ja, der geht retour. So, das eine Limm und greife ich wieder retour. Dann, äh, Dollar-Muppen haben wir noch. Mhm. Die habe ich auch schon angelegt. Ah, ich werde noch die... Die Erdäpfel abkochen, gell? Ich habe es ja schon wieder angebaut. Äh, eins, zwei, drei, vier Dünger sind drin. Haben wir noch genug? Wenn dann Dünger noch kommt, dass... Ich, ich, ich produziere gerade. Okay. Ach so, ja, in Dünger, aber hast du genug Kartoffelsamen? Die produziere ich gerade nach. Ah, okay. Dass ich dann genug Kartoffelsamen für den weiteren Dünger habe. So, jetzt habe ich es. Ja, ich brauche jetzt dann auch einen Nitrat-Powder. Neun Nitrat-Powder ist noch in der Kiste. Ja, das behalte ich für den Dünger. So wichtig ist Antibiotics momentan nicht. Wir haben ja noch einiges. Okay. So, dann lege ich den Dünger da gleich retour. Ich glaube, das Mucki-Water werde ich auch vorläufig da reinschmeißen, weil wir haben drüben genug Wasser. Mhm, stimmt. Ah, und den... Ja, und mit der Folge sind wir auch durch. Also, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet es wieder ein. Bei 7 Days to 3, let's play together mit der Tiber und dem anderen. Ja. Und ja, dann werden wir sich überlegen, wir werden jetzt einmal unser Treppenhaus weiterbauen, werden einiges an Holz und so weiter farmen dazwischen und es wird dann im nächsten Jahr, im 2017er, wird es dann weitergehen in 7 Days. Alles klar. Ich wünsche euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Ciao. Ciao.